Aaaaaaah! So, zuerst vor Halloween-Party. Ja, irgendwie ist das der Versuch, so ein bisschen wie eine Mischung zwischen Hexe, Vampir, was auch immer jedenfalls. Ja, das ist eigentlich das erste Mal, dass ich mich für Halloween verkleide, oder wir generell. Eigentlich haben wir dafür ja überhaupt nichts über, aber hier auf dem Schiff ist groß Party nachher. Da ist auch schon dekoriert und einige haben wir gerade schon in Kostümen rumrennen sehen. Nachher wird noch das beste, lustigste, was auch immer, Kostüm prämiert. Und da haben wir gedacht, naja, so ein bisschen wollen wir da ja auch mitmachen und waren auch vorbereitet, weil wir uns ja auch in einem Forum bzw. in einer Facebook-Gruppe von Royal Caribbean Fans, sage ich jetzt mal, schlau gemacht haben, wie Halloween so auf dem Schiff abgeht. Ja, und dann gucken wir mal, was der Abend bringt. Nachdem wir heute einen wunderschönen Tag in Nassau hatten, waren wir noch auf Paradise Island. Das war mega geil und jetzt freuen wir uns mal auf unsere ersten Halloween Partys. Dann spningen wir weiter! Daeeeee und vereinst du in die этих einfachen Byekau mit ruhig Gerät, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020